Und nicht nur der leichter überschwebt und aussieht, als hätte er einen viel zu hinsgroßen vier Buchstaben, was sogar mir auffällt und ich hab niemal darauf geachtet. Peinlich. Oh, ist das der Monster-Plug hier drin? Und wir haben hier eine Lackstunde. Juppie-Jay-Jay, Scheibenkleister. Was ist das? Ey, ja, da würde ich auch bauen. Sozialer Inzog, ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Leute, mein Name ist Soziale Inzog und herzlich willkommen zurück zu, ja, Funko Fusions. Ich wollte diesen Level freischalten hier, den wir jetzt freischalten können, aufgrund, weil wir ja jetzt alles Nötige haben. Aber ich bin bei der Vorbereitung dafür, weil ich das Level durchspielen musste, auf jemanden gestoßen, den wir im letzten Part getroffen haben. Und ich dachte, den machen wir jetzt noch mit. Ja, und ich weiß auch, wie ich ihn rausholen muss. Man muss dafür das erste Level von der Umbrella Academy durchmachen. Und für das Gratis-Level muss ich dann auch das hier machen. Ich habe eine Kamera bereits vorbereitet für jetzt. Aber wir machen zuvor noch was anderes. Erstmal müssen wir auf jeden Fall wieder D-Tief spielen. Ihr benötigt auf jeden Fall den Zink-Charakter dafür. Und dann bekommt ihr die Level-3-Karte. Die holen wir gleich ab. Erstmal machen wir noch was anderes. Denn im selben Raum wie die Level-Karte ist auch unser kleiner Freund hier. Genau, Megaman ist hier. Er befindet sich am Anfangraum. Und ich habe ihn durch zuvor bemerkt, als ich plötzlich seine Melodie gehört habe. Und die ganze will er nach der Karte abgesucht. Tja, rauskam. Sie ist hier. Ihr braucht aber einen Zink-Charakter, um das Ding aufzuschmelzen. Damit kriegt ihr die Level-2-Karte, die automatisch Megaman freischaltet. Deswegen hört man auch manchmal die Melodie, wenn man hier runter ist. Genau unter mir ist der. Gute Megaman. Und genau da, hinter diesem Raum, ist Megaman gefangen. Wir müssen sowieso wahrscheinlich noch jedes Level abschließen, um dann noch den Rest zu schaffen. Aber ja, ein neuer Megaman. Und ich hole mir jetzt erstmal zwei Funkosodas. Besser gesagt, drei. Und eine muss ich sofort trinken. Prost. Ja, den Weg laufe ich jetzt nicht. Ja, hier ist wieder Megaman gefangen. Hier ist auch halt... Oh, eine Boss-Area. Dinos! Master of the... Okay, das ist jetzt ein bisschen umpacktig mit dem Schild von Megaman. Das ist Master of the Universe, Roboter. Wer sind die? Okay, was war das denn für eine Animation? Tatsache ist, wir haben diese Silberkrone. Ihr wisst ja, wir müssen aktuell Silberkrone sammeln, um eben Hauptkronen freizuschalten. Und jetzt befreien wir mal Megaman. Uff, hallo Frember, könntest du mir helfen, Rush zu kommen? Ja, Megaman, wir helfen dir nochmal aus. Ich überrasch, dass hier keine Megaman-Gegner jetzt kam, aber... Okay. Die kommen jetzt. Den besten Gegner hätten sie immer noch nicht wählen können. Finde ich. Hier ist noch irgendwo einer. Wenn ich Megaman nicht bewegen will. Okay, wir gehen die Route. Es gibt ja zwei Wege hier. Oh, ich geh ja gleich drauf. Mega, man warte kurz. Ich huck's an der Nase. Aber haben die meisten Funkos nicht mal eine Nase. Ja, wie ich schon sagte, manchmal sind Kameos lang, manchmal kurz. Ich wollte eigentlich ein anderes Kameo jetzt machen. Das füge ich jetzt dazu. Dann ist halt jetzt Megaman noch dabei. Dann haben wir gleich den zweiten. Und das war durch Zufall gefunden. Ich hab nicht nachgeguckt. Aber die Melodie ist leicht zu erkennen, wenn man Megaman kennt. Oder ihn in Smash mal gespielt hat. Aber wie ich schon sagte, am liebsten würde ich Megaman Legends spielen. Und ja. Jetzt haltet ihr diesen Raum der Wasch. Sorry Megaman, ich kam aber nicht in den Raum rechtzeitig. Wie willst du jetzt wegfliegen eigentlich? Nochmal danke Family. Da bleib' ich an eurer Seite kämpfen. Da bleib' ich an eurer Seite kämpfen. Bis zum nächsten Mal. Okay, er geht durch das viel zu kleine Fenster. So, dann lösen wir noch das Ding ein. Das ist ja wichtig. Diese Hebe ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Wenn die zu 100% bekommen, ja dann, pro Mahlzeit. So, jetzt muss ich den Charakter nochmal wechseln. Ja, kann ich hier. Nehme ich die Karte schonmal mit. Ich weiß leider schon, wer hinter der Tür ist. Denn das Spiel hat es mir gespoilert. Der Schriftzug war eindeutig zu sehen. Ja, wenn ihr es einschaltet, wisst ihr es sowieso. Bauen wir dich. Okay, hier ist eins dieser berühmten Kamerasysteme. Das muss wohl noch gepowert werden. Ja, hiermit. Ach, wir brauchen einen Schießer, nicht einen Charakter. Achso. Ja, dann bleiben wir beim Singen. Charakter. Holen noch so ein Schuss-Ding. Ja, ich will euch halt bei der Freischaltung die komplette Geschichte zeigen. Aber jetzt gebe ich halt das Gute vom Level. Beim ersten habe ich es gemacht, aber beim jetzigen, ne. So, das Ding schiebt jetzt das frei. Die Tür ist offen. Damit schalten wir die Welt von... Ja, was ist es wohl? Man sieht's hier. Invincible! Ich habe die nie gesehen, diese Show. Aber ein Death Battle von einem dieser Charaktere. Damals, der sogar jetzt bald ein neues bekommt. Zu diesem Zeitpunkt könnte es vielleicht sogar raus sein. Keine Ahnung. Und... Ja, ich kenne auch den Meme. Und leider wurde es mir halt durch den Sticker, der versehentlich platziert wurde, verraten. Gehen wir also in die Welt von Invincible! Ja, da. Der Sticker hat aus irgendeinem Grund versehentlich geklebt. Und ja, jetzt haben wir die untere Reihe. Muss wohl ein Bug gewesen sein. Oh! Hey, wir haben unseren Grafik-Style geändert. Okay, das ist cool. Das erinnert mich ein bisschen an Lego Dimension. Naja, es wurde auch von früher eine Lego-Mitarbeitern gemacht. Sie haben sich also an den Grafik-Style der Welt gehalten. Interessant. Die haben jetzt alles geändert. Tja, um genau zu sein, ist es eigentlich nur ein Filter. Ähnlich wie in Fortnite damals durch die Hüft-Tore gemacht wurde. Aber es sieht cool aus. Mal gucken, was es ist. Ich weiß nicht viel. Das Einzige, was ich weiß, durch das Death-Battle damals... Oh, so sieht die Scripts gut aus. Das war ein Möchtigern-Held. Er hat sich allerdings dann als Schurke ausgestellt, der eigentlich die Welt erobern wollte. Sein Sohn wollte... alle beschützen. Dann gibt's noch dieses Atom-Lady. Ich hab ein Spiel mal gratis bekommen im Epic-Game-Store. Und... Ja. Der Typ ist der Schlimmste überhaupt. Nicht nur, dass er absolut kein Menschenleben respektiert. Nein. Der verhandelt seine Frau als Hund, hab ich mal gehört. Yikes! Sag ich da nur. Sind jetzt alle so im Style? Oh, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Jeder Einzelne... Schaut euch Fuxi an! Oder Marty. Mir ist aufgefallen, dass ich bisher noch nicht die Walking Dead-Charaktere genommen habe, die ich per DLC erhalten habe. Also... Nehmen wir mal einen von denen. Wir werden sie in der Non-Welt vermutlich noch genauer nehmen. Ich hab ja von dem Verzeihung schon Wissen. Ich weiß aber bloß nicht, wo es ist. Und... Wir sind hier in einem Comic-Buchladen. Ich weiß halt nur das vom Death-Battle über den Charakter und das Unif-faire-Universum. Mehr weiß ich nichts. Ich habe mir nie was von dieser Serie angesehen. Damit weiß ich auch nicht, wie die Gegner-Sache abläuft. Okay, sie prügelten sich. Das weiß ich aber noch von Death-Battle. Oh-oh. Was sind das denn für Dinger? Okay, ich schätze mal, wir schalten den Winzebel frei. Indem wir ihm helfen, die Häuser zu retten. Warum spielt die Eddie-Musik? Haben sie keine Rechte an den Winzebel-Musik bekommen oder was ist los? Oh, Gegner. Okay, da wir das Ganze in der Umbrella Academy gestartet haben, brauchen wir wohl auch einen Charakter von der Umbrella Academy. So viel zu meinen Walk of the Dead-Charakteren. Ja, und jetzt haben sie sich schon angezeigt gekommen, da wir angekommen sind. Invincible und Orni-Man. Wenn das dritte kein weiteres Kameo ist, würde ich sagen, der letzte ist ein Turm. Aber ich glaube nicht, dass sie im Game ist. Gerade. Er ist halt der Einzige, der im Moment das Teleport-Power-Up hat. Ich ahne jetzt schon, dass wir wieder die Doppel-Charakter-Geschichte machen müssen. Das ist ziemlich blöd an der Umbrella Academy. Da bin ich ziemlich überrascht, dass sie sich hier nicht einen Song holen konnten. Das Fancize hat Wort wirklich, davon habe ich auch mitbekommen, eine Fortnite genutzt. Und, oh, hier brauchen wir eine Kamera. Ich weiß nichts über das Level oder nur grobe Informationen durch Deppbette über die Welt. Okay, hier ist ein Hebel. Toll. Hä? Warum bin ich zurückteleportiert worden? Keinen blassen Schimmer. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Ganze. Und ich wechsle nochmal zum Walking of Dead-Character. Sogar die Items sind anders. Au, au, au! Ich wollte eine Kamera. Es gibt so viele Sachen, wo es noch keine Funko-Pops gibt, die hier im Spiel sind. Ganz ehrlich. Okay, einer der Laser. Teile. Wo muss da allerdings das hin, ist die Frage. Ich sehe noch keine Aufsteller. Okay, das ist für... Keine Ahnung, was das ist. Hier ist ein Sprung-Pad, ein automatisches. Das Gebäude kann ich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo es... Da oben ist Ony-Man. Ach, da ist er! Wie soll ich ihm jetzt helfen? Ich sehe halt Lasermöglichkeit noch nicht. Ecklige Teile. Also eins ist klar, ich soll ihm irgendwie mit dem Gebäude helfen. Aber ich weiß nicht wie. Ich bin fast tot. Hm. Da ist so ein Ding. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie das genau funktioniert. Was nicht leicht ist, denn... Ich habe nur das Schuss-Ding von... Nun ja. Der Space Series bekommen. Und vermute mal, ich brauche jetzt einen Charakter von ihnen. Im Moment sind sie die einzigen, die das können. Ich glaube, mit dem neuen Update sind auch Zombie-Skins eingefügt worden. Ich habe ein paar mitbekommen. Für alle möglichen Charaktere. Wofür brauche ich das Blink-Ding? Das ist halt die Frage. Muss ich schon wieder nachgucken? Ein Spiel, wo man oft nachgucken muss, ist eigentlich nicht gut. Aber manchmal überdenke ich auch einfach was. Aber jetzt brauche ich halt den Aussteller. Und ich weiß nicht, wo er ist. Ja, ich muss nachgucken. Okay, Google. In diesem Fall YouTube. Was hast du? Was muss ich machen? Ach, komm, darauf kommt doch kein Mensch. Von allem, weil die Funktion noch nicht mal dran war bis jetzt. Okay. Grobe Zusammenfassung. Wir brauchen den Teleporter-Jungen. Nummer 5. Und einen Laserschießenden Charakter. Und müssen das, was eher nach Bonus aussah. Und damit ablenken war. Ausführen. Indem wir uns umdrehen und teleportieren. Sowas hatten wir bisher noch nicht. Wer kommt darauf? Wer? Dann müssen wir die Pucks nehmen. Wieder zum Schießer wechseln. Da ist der Cave-Steeper-Kritt. Und nun ja. Die Sicherung aktivieren. Das ist alles. Wir können eine iTunes mit den Teleportieren mitnehmen. Das bringt einen mehr nach unten. Wir haben da ein Portal. Wir haben hier ein Portal. Okay. Ich hole mir mein Masters of the Universe Portal. Sobald ich die Gegner hier losgeworden bin. Das ist alles gut. Und dann sind wir von euch hier. Denn die's gut. Hier ist schon mal eine Tour. Ja, Vicky ist eingereistet, dass es zu dem da oben reicht. Da ist auch irgendwo der KFC-Bucket, den ich ja benötige, um Carol's Santa's flight zu schalten. Au. Oder? Ich kette es doch. Ich mach wieder Doppeltaktik. Klappt leider nicht. Hätte klappen können. Hallo? Ja. Da ist die Frage, wie deaktiviere ich die nächsten Teile? Das könnte auf jeder möglichen Art sein. Das Level ist ultra gemein. Wie fehlt dein KFC-Behälter? Okay, ich muss nochmal nachschauen. Wie ich jetzt das nächste Teil drin mache. Manchmal kann es so leicht sein. Ich hätte vielleicht einfach nur... Ich hätte vielleicht... Ich hätte vielleicht... Ich hätte vielleicht... Ich hätte vielleicht nur eine Etage tiefer sein müssen. Manometer. So, damit haben wir die Seite. Wie kommen wir jetzt auf die andere? Das ist die große Frage. Hau ab! Bös, was auch immer du bist. Bist du ein Zombie? Ein Alien? Ich weiß, es geht in der Serie um Aliens, aber... Dafür bist du sogar schon zu hässlich. Bum. Bum. Aha. Ah, okay, okay. Deswegen ist das Tampolin auch teurer hier. Das ist mir aufgefallen. Hat mich schon gewundert, warum das Tampolin hier etwas teurer war als in den anderen Welten, nämlich 1000 statt 500. Das liegt daran, dass schon ein Tampolin genutzt wird. Man sie braucht. Das war nur für ein Ausrüstungsteil. Ah, da oben ist eine Karte. Das macht schon mehr Sinn. Und da oben ist auch eine Sicherung. Kommen wir gleich nochmal für die Stuff-Karte hoch. Oh. Oh, ali's a Leggie. Das war's für heute. Okay, wofür ist die Staff-Karte? Wie komm ich da rüber? Ich weiß, wie ich hier rüber komme. Einfach. Ich hab'n Plan. Ich wüsste gern, wofür die Staff-Karte ist. Hier gefunden habe. Mir wird nix angezeigt. Warte. Oh, ich dachte kurz, das wär' eine aus 500 Fettys. Okay. Au, au, au. Ey. Ich brauch' einen Verstärker! Halt. Wenn ich da oben bin und den Verstärker aktiviere, kann ich nicht den anderen Charakter spielen werden lassen. Jetzt hab' ich hier ein Eintor gesetzt. Das funktioniert schonmal nicht. Wofür ist die Staff-Karte? Die muss doch für irgendwas gut sein. Ah, ich guck' nach. Gib mir doch nicht umsonst irgendeine Staff-Karte. Ich gucke mir doch nicht umsonst irgendeine Staff-Karte. Ah, ich guck' nach. Ich glaub' ich hab' die Lösung. Oh, ich gucke mir doch nicht umsonst irgendeine Staff-Karte. jetzt nehme ich noch eine etage die ich jetzt erst gesehen habe und jetzt brauche ich das energie ding dass ich vor mir geholt habe mit der kamera ekliges ding hau ab das ist doch die falsche form oder keine ahnung wir werden es ausfinden okay manchmal entdeckt man die kleinen sachen nicht doch ist richtig durchschießen und fertig au nicht gut das tun okay das ist wohl der moment wo sie sich gewählt haben jetzt nicht mal okay ich muss drei monitore jetzt finden jetzt sind sie doppelt geschützt die teile warte das ding ist neu ich habe ich komme ich komme ich wir ich ich wir wir Wieder eine Kit-Karte. Im Gegensatz zu anderen wird mir diesmal was angezeigt. Okay, ich muss da ins Haus. War schon auffällig, dass das Ganze modelliert war. Nein, ich muss ernsthaft das Ding zurückholen von ganz oben? Warte, all die Trampolinen sind weg. Ich kann nicht mehr nach oben. Das darf doch nicht wahr sein. Oh doch, da sind sie. Bin nur wieder blind auf beiden Augen. Okay, holen wir uns das Ding wieder. Aber vorher muss ich dieses... Diese dummen Aliens irgendwie loswerden. Geht aber nicht so leicht. Ich musste rennen. Ich muss mich abs Okay, wo ist das Ding hingefallen? Da! Kiste, Kiste, das ist wohl ein Bossbett, aber das kann ich mir grad nicht leisten mit den ganzen Zombies hier. Wo wollen wir das Ding hier hin? Erstmal hier abstellen, damit es nicht despawnt. Hier ist ne Karte! Nötig. Wo ist jetzt die Karte hin? Da oben ist despawned. So. So. Das war's für heute. Das Wasser und das Universe-Portal ist hier drin. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh! Ich weiß nicht wie, aber ich hab's. Okay, das Ziel wird es gelöst. Oh, ist das Monsterplage hier drin? Das war's für heute. Oh mein Gott! Sich ein KFC holen und dann so eine Monsterplage. Okay, hier haben wir schon mal Strom drauf. Das hier. Okay, jetzt brauche ich nur noch einen Töt. Okay. 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 zeit habe aufgrund der ganzen her ok wo sind wir hier ok wir aktivieren diesen gabelstapler militär space ich weiß nicht genau wie ihr plan ist ich nehme den turd mal mit bei der menge an mozomis seh nur sie brauchen um um einen bruchteil unserer markt cementieren kampfjet ouch toll wir haben ein weites lochenpflaster die bauarbeiten werden wieder ein komplettes jahr dauern so fühlt sich nämlich jedes mal eine bauarbeit innerhalb einer autobahn an jeder autofahrer kann diesen scherz jetzt kapieren die beiden sind jetzt im nächsten pflasterloch gelandet also sind sie da hinten ok wir haben jetzt ein rundes ding bekommen wir müssen da hin wir haben wieder das zombie gesät ja was soll ich jetzt mit dem runden ding machen drauf gehen alles warum ist der turd jetzt auseinander gebrochen hat jemand gefuttert hier ist wieder ein ding für irgendwie kamera entschieden man versteht halt gar nichts wenn man nicht den zusammenhang kapiert und wir haben hier leckstunde jippie scheinkleister man spielt ein paar stunden pankofusions und schon ist es ne leckenpause toll wisst ihr was wir werden das level ein anderes mal fortsetzen ich werde das jetzt tatsächlich in zwei teile aufteilen ich werde mir einfach das ganze nochmal machen und wenn es nicht so lag wieder nochmal durch freistockten habt ihr auf jeden fall schon mal bekommen nein da ich es nicht komplett abgeschossen habe hat es die tür nicht geöffnet ok das war offiziell täglich aber wer spielt gerne mit leck muss man fairerweise sagen es ist einfach zu spät grad wir haben fast 21 uhr hier wo ich das aufnehme entweder hänge ich den teil ran so wie immer oder hier ist jetzt schluss ich bedanke mich auf jeden fall bleibt sozial lassen oder und entweder geht's jetzt weiter dabei ja ja zehn tage später hier bin ich wieder die gewinnst du wollte hat mir ja im letzten fahrt sozusagen ein kleines geschenk gegeben und hat sie mir nochmal gesagt so hey du kriegst noch eine zweite chance wir schalten die welt für dich frei und bevor sie wieder ihre türen zu machen ich bin jetzt schon die jetzt doch abgeschossen als nächstes komm ja wer hier der eine der wieder kommt cool denn wird ja das ist mal für Bonus falsche Karte ich meine die andere wo ja 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 aber ja 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 Herr Die Kamera ist Hot. Hot. Alright. Auch heute noch. Hauptspawn sollte ein Heilautomat sein. Ja, jetzt wo wir alle Fähigkeiten freigeschaltet haben, sollte das eigentlich ein Kinderspiel sein. Ich weiß immer noch nicht, wie man das nächste zerstört am Ende. Das Level besteht ja aus drei Phasen. Schätze ich mal. Warum kann ich hier denn noch einmal nicht mehr rennen? Ach, jetzt wird es noch einmal wieder. Ja, da, mein Witz soll so schicken. Hier kommt der cool Army Man. Eigentlich, wenn ich ihn mal nicht unterschätzen sollte. Und sich durch die neuen Deathbrette auch mal fahren. Man kann auch nicht mal ganz kurz etwas aufhören, was fast runterfällt. Ja, da ist noch einer. Na, wo ist dein Kopf denn? Ich nehme die Nerange in die Nerven. Ich nehme mein Handelsfalle. Nun sollte es in eine Runde mit nur noch und mehr. Ich nehme die Runde, wenn auch die Runde. Also wenn ich ihn mit einer Runde verarscht bin. Ich nehme die Runde mit euch in den Runde. Ich nehme die Runde. Ich nehme die Runde. Ich nehme die Runde-Runde. Ich nehme die Runde. so hier stein arbeiten und nicht mehr wohl so lange ich mir das gleiche Okay, Reiki Okay, Reiki Okay, Reiki Reiki Okay, Reiki 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 Ich weiß nicht mehr, was ich nicht mehr tun kann. Ich glaube übrigens inzwischen, dass dein Geschützturm genervt wurde. Also, der schießt jetzt nicht mehr auf Gegner, zumindest war das in den letzten Welten so. Die können sich ja mit dieser Welte mal überprüfen. Doch, der schießt immer noch auf Gegner, aber nur auf bestimmte Sorten anscheinend. Achso, seine Sichtbarkeit wurde verrenkt. Es ist dümmer geworden. So, jetzt sieht es so alles an. Ja, ist gerecht. So, ja, die Teile, so schicken. So, ja, die Teile ist ja. Hier kommt Phase 2, Abschluss, gibt nur noch eine. Und jetzt kommt der Blind-Teil. Und da das Ding immer noch verpackt ist, weiß ich nicht, wie ich hier jetzt das Ganze machen kann. Irgendwo wird ein weiteres Haus, aber das ist der Bonus-Zeit. Hier ist auch ein bisschen ein Camp. So, mein Gerät ist gut. Ich glaube da, dass er so gut auf mich geht, sobald ich hier raus bin. Da muss ich jetzt. Ah, hier sind auch eine Menge davon. Okay, jetzt wird es Zeit für eine Fahne, bis ich so da... Oh. Ich brauche das Ding wieder und den Schützturm muss ich nur herstellen. Der greift mich da von hinten an. Ich mach mich nur an den Schützturm. Ich schütze. ich ja klar dann kann ich das alles wieder verwenden ok das ist schon mal an jetzt wirds schwer wir müssen uns wieder ins Runde gekippen ok der ist auch online 2 sind schon mal aber es fehlen noch ja die Runde wo ist das Runde denn das ist die große Frage ich vermute mal bei der Ungefährlichkeit dieser Landwelt schon zum Anfang wird es irgendwo versteckt sein wo kein Mensch von denkt was du 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 gelandet sind. Habe ich jetzt nicht bedacht, hätte man eigentlich nachschauen können, aber ja. Keine Ahnung, ob ich es vor einer Woche gesehen habe oder nicht. Obso, ich hab's. So, und damit ist das Ding aktiviert. Ist in Space? Den aktivieren? Den zur Erde schicken. Sattivieren wir einen Death Laser? Was ist das? Was haben wir jetzt aktiviert? Ich hatte ja erst kürzlich wegen dem neuen Death Battle wieder Informationen über ihn bekommen, aber... Ich hab keine Ahnung, was das jetzt werden soll. Das wagst du nicht. Doch. Was auch mal ich wage. Ach, Laser. Tatsächlich. Oh. Das war der Laser. Und das war der Laser Laser. Oh! Schon wieder? Es ist immer noch nicht zu Ende? Ach, du Scheibe! die Scheibe hört der Wahnsinn denn niemand auf? ein drittes von den Teilen gespawnt ok was muss ich jetzt tun? da baue ich einen Key da sind die ganzen Fans ich vermute da muss ich rein aber wie komme ich an die Key? vermute ein Scan-Ding ah da ist es ja ok welche Kamera funktioniert noch? wieder ja das der Key Aua öffnen jetzt muss ich nur alles eintragen war das? da hole ich mir am besten als nächstes das Geschütz da bevor ich draufgehe fülle ich auch mal lieber das Geschmau auf ja ja ich hoffe nicht das nicht Warte, das Soda ist weg. Endlich Ruhe. Mit dem Geschützbohrne kann ich auf jeden Fall hier schon mal gut arbeiten. Dann muss ich nur noch den Rest rausholen. Das Invincible Level ist echt kompliziert. Na gut, wenn man weiß, was man tun muss, dann versteht man es schnell. Aber wenn nicht, dann ist man echt aufgeschlossen. Noch einer. Wir haben einfach alle drei Schussmöglichkeiten jetzt, die wollten es extra kompliziert machen. Oh, bin ich nicht. Und die Schussmöglichkeiten. Oh, man. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das hätte ich auferlegt, jetzt in die Schütze kommen rein. Okay, nice, macht er ja. Perfekt, alles ist angeschaltet, wir können. Äh, geht noch einer? Oh, den hab ich vergeteilt. Mein Fehler. Ich hab mich glücklicherweise schon eingebaut, also brauch ich mir deswegen keine Sorgen zu machen. So, jetzt ist alles an, jetzt ist alles funktionsfähig. Wir können was auch immer an die Gänse. Was ist das? Was soll ich denn jetzt machen? Hier ist nur ein Hebel. Ach so, Hebelrätsel. Jetzt versteh ich. Alle treten an. Ja. Was ist das? Ey, ja, da würde ich auch anfangen. Ach, und jetzt auch noch ein Bosskampf. Ist das Level nicht schon schlimm genug? Und wie bekämpft wir es? Ich hab keinen platten Schimmer, aber ich hol mal lieber Eddie raus. Er macht den besten Damage. Und hat außerdem Flammenwerfer. Hey, Eddie, der hat deinen Style geklaut. Ey, Eddie, der hat deinen Style geklaut. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Wenn ich ausschießen dürfte. Nein. Nein. Ich möchte nicht. Ich möchte nur noch etwas, wenn du dannst. Na, Bosskampf Estados Mara räusch. Toll! Sag jetzt nicht mal ein Zeug ist weg, nur weil ich draufgegangen bin. Mir wurde auf jeden Fall was weggenommen. Du hast es nicht anders gewollt, jetzt muss ich wohl die harten Geschütze rausholen. Wo ist denn der Bitch? Oh! Ich hab's! Okay, da ist der Nachdenkende Mode. Und der wird ab. Mamma Mia! Dieses Level war die Hölle. Ich hab' er sehr geblieben. Wohin bloß? Keinen blassen Schimmer! Wohin er abgehauen ist, ist mir auch völlig egal. Ich möchte jetzt nur auf die Krone und weg hier. Nach der Nummer. Ist nur die Frage, wo ist die Krone gespot? Bin sie jetzt hier mal in die Ruhe? Ah, hier. Dann gib sie mir bitte. Milch nochmal. Muss ich aber wohl mal in der Zukunft. Die Drohnen und die Schalter hab' ich nicht gemacht. Die schalterten die alle. Das Ende ist nicht zu erobern. Schließ' den Winstful ab. Okay, hier musste ich mal kurz einen Cut setzen, denn unglücklicherweise bin ich mit Eddie in einer Spoiler-Ära gespawnt. Was ich nicht wusste. Und ja, deswegen bin ich schnell zurückgerannt. Und hier ist er. Der Winstful Guy. Jetzt haben die Nenki freigeschneidet. Der Winstful Guy. Dann eine Darmische. Und das sein soll. Und ja. Das war Evensible. Obwohl, Olimen kann man ja nur mit 7 Kuhn aufschalten, aber das ist vollkommen unmöglich, weil diese dumme Scheiternummern einfach zu kompliziert sind und ich denen die Nummer nicht mitmachen möchte. Wir sollten echt mal einen Charakter einfügen, der richtig fliegen kann. Und nicht nur der leicht darüber schwebt und aussieht, als hätte er einen viel zu hin großen 4 Buchstaben, was sogar mir auffällt und ich hab immer darauf geachtet. Peinlich. Okay, den Charakter bin ich eigentlich nicht mehr spüren. Damit bedanken wir für's Zusehen, bleibt sozial, lasst nada und hi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.